Hallo Leute, wir sind heute im Horos-Studio in Hannover, um das siebte Ron-Final-Album aufzunehmen. Und ich dachte, ich führe euch einfach mal ein bisschen rum. Und da sind wir aber gleich schon im Schlagzeug-Aufnahmeraum. Diesen Raum haben wir gewählt, weil er sehr schön groß ist und wir auf diesem Album auch sehr viel mehr Raum-Sound haben wollen. Es gibt hier leider keinen Sichtkontakt zur Regie, aber zum Glück gibt es immer jemanden, der mein Spiel bewertet. Jetzt zeige ich euch gleich einmal das Drum-Set. Stärkstrang, Baby Stärkstrang, Baby Stärkstrang, Baby Auf diesem Album verwende ich mein Adoro Worship Drum Set aus Walnussholz, mit sehr dünnen Walnusskesseln, hier mit der entsprechenden Snare Drum dazu. Wir haben diese Snare Drum noch mit 13 Zoll, natürlich eine Ludwig Supraphonic, meine Adoro Stahl Snare, die ich live sehr gerne verwende und noch aus der City Light Serie von Adoro auch noch eine Snare Drum mit einem etwas dickeren Holzkessel. Toms haben wir hier 12, 14, 16 Zoll, zwischendurch verwenden wir auch noch 10 Zoll, 10 Zoll Tom. In diesem Fall alle mit den Adoro Fällen, mit den beschichteten Double Ply Fällen, aber wir verwenden natürlich jeweils zum Song passende Fälle. Das sein muss auch mal ein Ölfell von Evans auf der Supraphonic. Jetzt nochmal kurz zu den Becken. Das Setter, was ich jetzt gerade drauf habe, ist hier ein 18 Zoll FX Crash aus der Resonance Serie, meine 15 Zoll Fusion Hi-Hat, die es so leider nicht zu kaufen gibt, ein 20 Zoll Iris Ride Becken, was wir sehr viel verwenden, 18 Zoll Iris Crash und hier haben wir noch Custom Series Crashes in 18 und 17 Zoll und eine 14 Zoll Hi-Hat, auch die verwenden wir sehr oft. Wir haben aber natürlich noch eine Auswahl anderer Becken, Masterwork haben wir netterweise eine große Auswahl für diese Aufnahme geliehen. Zum Beispiel haben wir hier ein 21 Zoll Natural Series Ride Becken, wir haben noch Custom Series Crashes in anderen Größen, in 16 Zoll, in 19 Zoll. Hier haben wir noch ein 22 Zoll Custom Pointer China. Und wenn wir jetzt mal nach hinten gehen, dann haben wir hier noch eine ganze Auswahl anderer Becken von einem 22 Zoll Custom Pointer Extra Thin, was ich sonst für meine Jazz Sachen benutze, wir aber auch auf diesem Album verwendet haben, bis zu einem Resonance Series Ride Extra Heavy. Aber ich verwende sogar mein Jazz Master Zizzle Ride Becken auf einem Song und mein 21 Zoll Flat aus der Jazz Master Serie. Also wir haben natürlich eine große Auswahl, verwenden das auch, um den Song jeweils mit den entsprechenden Farben zu versehen und das macht echt viel Spaß. Hier haben wir noch eine kleine Fell-Ausstellung. Um auch die entsprechenden Sounds für die Songs auszuwählen. Die meisten von Adoro, zum Beispiel hier die Double Ply, die wir jetzt auch drauf haben. Aber zum Beispiel auch die Heritage-Fälle mit der Naturfell-Optik und Naturfell-Sound und was wir sonst eben so brauchen. Jetzt steht nur eins, du brauchst das Laut, du drehst die Kiste bis zum Anschlag auf, Hände hoch! Zwei Feuze für Raul! Zwei Feuze für Raul, ja, ja, ja! Zwei Feuze für Raul, ja, ja, ja! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018